Was hier übrigens auch auffällt, ist dieser einfach bestialische Gestank. Es riecht hier ganz, ganz furchterlich. Und hier liegen deutlich weniger Fische als die Tage davor und ich kann es kaum aushalten. Was mir die Kolleginnen von den polnischen Medien hier noch erzählt haben, ist, dass man davon ausgehen kann, dass nur 20 bis 30 Prozent an der Oberfläche schwimmen von den Fischen und der Rest auf den Grund gesunken ist. Und insgesamt wurden die Tage über 70 Tonnen Fisch aus dem Wasser geholt und der Rest liegt noch auf dem Grund. Das heißt also mehr als das Dreifache. Vielen Dank.